Oh ja, ich habe so richtige Bomber-Riesen-Messer von Tops in der Hand. Wenn du wissen willst, was ich von solchen Teilen halte, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show. Schön, dass du dabei bist. Da sind diese zwei Riesen-Messer von Tops. Und die haben wir im Einsatz gehabt beim Survival Extreme Training. Der Peter hat sie mir dagelassen. Survival Extreme Training, das ist das letzte Oktoberwochenende. Drei Tage nur mit dem Messer. Kein Schlafsack, kein Feuerstahl, kein gar nichts, nur mit dem Messer. Und der Peter aus Salzburg hat die mitgebracht und hat gesagt, kommt, schauen wir uns die an, testen wir die einmal und was gibt es hier. Ich fange mit dem Klumpad an. Meiner Meinung nach echtes Klumpad. Und zwar, das ist ein Steel Eagle XL. Du hast hier eine Säge von Tops, so wie die so häufig verwendet wird, die eigentlich mehr eine Raspl ist. Ich habe das schon einmal beim Tom-Brown-Messer, gebe da oben den Link beschrieben. Ist halt drauf, aber ja, die Klingenform wäre durchaus in Ordnung. Das Messer ist extrem schwer hier hinten und da vorne relativ leicht. Das heißt, beim Hacken kriegst du keinen Zug, du kriegst kein Momentum zusammen. Das ist einfach gar nichts. Hier hinten, da haben sie sich was überlegt. Und zwar, die Idee ist ja gut, du hast ein Messer und dann machst du zwei draus. Und dann haben sie es so umgesetzt, so Tops-mäßig, dass das hier ein Blades, ich bin auch Blatt, ja, keine Frage, aber ein Blades-Messer in der Größe, Alter, was ist mit denen? Dann der Griff und dann mit der Serrated, mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Du kannst es nicht greifen, es ist zu fett, es ist ein Schaß. Und das nächste ist, hier hinten wird das durch diese Schnur hier gehalten. Und ich möchte euch etwas dazu sagen, ich sehe das jetzt nur als Messerbenutzer. Nicht als Sammler, wenn dir das gefällt und du das in der Vitrine haben willst, dann, Gott, bewahre ich, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Aber als Messer zum Benutzen, wenn man hackt, ich habe das persönlich ausprobiert, ja. Ich habe mit denen am ersten Tag gehackt ohne Ende und es ist mir immer wieder gelungen, leider, dass das hier, ja, das sitzt nicht fest drinnen, irgendwann, dann, gib das hier nach und dann mach es schrawumsti kabumsti und es ist uns einmal passiert, dass das hier weggeflogen ist. Da kannst du dann richtig schön wehtun, wenn du dir diese stumpfe Klinge trotz alledem in die Hand rammst, weil es ist so extrem stumpf, dieses Mini-Messer. Das ist ein Schaß, wirklich, was habt ihr euch da überlegt, liebe Trops? Ja, wie gesagt, ich verkaufe andere Tropsmesser, aber das ist wirklich nichts. So, dann das nächste ist, da kriege ich immer voll die Krise, Schau her, da ist diese Finger ausnehmen, damit man es da nehmen kann, Variante. Ja, wenn du es unbedingt willst, aber bei so einem langen Messer, das wäre jetzt auch schon wurscht gewesen, besonders wenn mir der Messer-Designer sowieso vorgibt, dass ich es da halten muss, dann hätte er mit der Klinge bis da her fahren können, dann hätte man, mich macht das wirklich wahnsinnig, weil der ganze Teil da, der hier, ist für einen Hugo. Der ganze Teil da, hinten, der von dem Griff, ist für einen Hugo. Weil, was soll ich, und dann ist es auch da hinten so bogen, dass man mit dem, das ist so bocciert, das Messer. Also, ich kann mit dem überhaupt nicht, das ist meine Meinung dazu, also in der Praxis, anschauen ist das eine, ob da das gefällt oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber in der Praxis, es hat mich nicht überzeugt. Wenn du mir das Kramer hinlegst, oder das nehme ich immer, das Kramer, ist so. Ich würde ja auch jedes andere Messer nehmen, ich würde sogar Schweizer Taschenmesser nehmen, bevor ich das nehme, wirklich, ernsthaft jetzt. Dann da, in diesen komischen Dingen da, da sammelt sich der Dreck drinnen an, ja, und das muss man bei beiden Messern sagen, das liegt am Stahl, wenn du draußen bist, drei Tage, und es ist feucht, dann rostet das, nämlich innerhalb von einem Tag. Innerhalb von einem Tag beginnt das zu rosten, und nach drei Tagen, ich habe es eingegölt und noch einmal nachgearbeitet, also das ist, für draußen, in einer harten Situation, wo es wirklich hart und grausig wird, ist das nichts. Aber das Messer ist sowieso Müll. Habe ich es weggeworfen. Dann kommt das nächste, das ist so ein Survival-Messer von dem Hawk, glaube ich heißt der, Hawk, also Hawk heißt Hawks, schreibt mir unten, wie das geht, der ist irgendein Survival-Experte, der, und das glaube ich auch sofort, hat, also das möchte ich gar nicht im April bestellen, dass das ein Survival-Experte ist, der war bei den Green Berets, und hat jetzt seine eigene Show mit seiner Frau, wo sie da Abenteuer erleben, und das ist auch alles cool. Und ich bin sicher, dass die mit Tops geredet haben, und die gesagt haben, komm, mach irgendein cooles Messer. Und am liebsten, glaube ich, hätte er ganz einfach ein Messer gemacht, ja, aber, das ist jetzt eine böse Mutmaßung, das ist Fiktion jetzt für mich, ja, aber dann haben die gesagt, du, das muss geil ausschauen, weil, also, wenn das ein Messer ist, das ausschaut wie alle anderen, dann braucht man das nicht, wir müssen etwas Neues designen, was voll cool ausschaut, und haben das entwickelt. Auch hier würde ich das Kram hervorziehen, aber das Messer ist wenigstens noch praktisch, ja. Einer der Teilnehmer hat übrigens, ich glaube, ich habe eh schon gesagt, das Messer gebrochen, der hat mit dem dann gearbeitet, das hier hat einen Zug, das ist, das hat wenigstens einen Zug, da kann man wenigstens durchziehen, weil das, bei dem, was da unten im Dreck jetzt liegt, Peter, ich werde es dir geputzt zurückschicken, wenn du das Video siehst, aber das, das ist so unförmig, das ist hinten schwerer als vorne, was brauche ich denn, da kann ich einen Stein nehmen, wirklich, fürchterlich, aber das hat wenigstens eine schöne Kopflast, also das zieht wenigstens. Was mir bei diesem Messer nicht gefällt ist, und auch da wiederum, das hier, diese Ausnehmung, ist vielleicht für jemanden, der einen Handschuh anhat, vielleicht notwendig, wenn er ganz glitschige Hände hat, damit man mehr Grip hat, dass man da noch einmal nehmen kann, aber ich habe es, ich halt, habe es gern, wenn ich den Messergriff so nehmen kann, wie ich es will. Das Vorgeben, das macht für mich häufig keinen Sinn, zumindestens für mich, aber das kann jeder anders sehen, wie er will. Da haben sie wenigstens diesen, komm, da kann man da vorne in die Klinge reingreifen, Griff nicht genommen, also da ist der Griff effektiv nur so lang, das ist deutlich besser, als bei dem anderen Wurstelteil da unten. Warum das hier eingebaut ist, weiß ich nicht, vielleicht zum Stechen, vielleicht ist das nämlich eine Kombination aus, für den Green Beret, zum Arbeiten, und zum, ich habe meine M16, oder MP irgendwas verloren, und die Feinde kommen, dann kann ich wenigstens noch zustechen, damit er nicht abrutscht, das kann durchaus sein, kann ich nicht beurteilen, also ich hätte mir das hier hinten gespart, aber soll so sein, das hier vorne ist durchaus, ist durchaus sinnvoll, also ich mag so einen Gart, so einen auf jeden Fall, hier hinten hat man noch einen Dorn, als Glasbrecher vielleicht, das kann sein, oder wenn ich weiß, ich nicht irgendwelche Nüsse knacken will, oder so weiter, ist das ja durchaus in Ordnung, und da hat man auch noch einmal eine Hammer-Funktionalität, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie das zu verstehen ist, denn das ist die dazugehörige Nylonscheide, und da ist es so, also mit der Hammer, ich weiß nicht, aber vielleicht, aber das stört nicht wirklich, es tut auch beim Arbeiten, tut das hier nicht weh, was mich positiv überrascht hat, also das tut überhaupt nicht weh, da kommt man überhaupt nicht an, das passt alles ganz gut, und natürlich die Bow Trail Bivit, ich finde das Messer insgesamt deutlich besser, um Klassen, um Welten, um ein Universum besser, als der Cast, der da unten liegt, also wirklich, das ist Altmetall, teures Altmetall, wirklich fürchterlich, bei der Säge ist es genauso, dass die, im Endeffekt, ja es ist besser als nichts, aber es soll so sein, aber dieses Hawks Helikon Survivor 2020, ist wenigstens etwas, wo ich sage, okay, mit dem kann man auch arbeiten, dann hier hat man auch einmal einen leichten Anschliff, der ist nicht so scharf, wie der unten, er ist aber da, und ich stelle, ich meine die Frage, wofür, ja, ist das jetzt zum Kämpfen da, weil für den Arbeitsbereich, könnte ich es mir nicht vorstellen, weil ich kann das Messer nicht so nehmen, ohne mir diesen lustigen Torn reinzuhauen, das ist das Problem, so, also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist Müll, das ist wirklich ein Müll, also wenn du das kaufen willst, wenn du es in der Vitrine liegst, oder die Idee kriegst, dann mach das, aber ja, das hier ist durchaus brauchbar, und ich möchte abschließend noch eine Sache sagen, eine Sache möchte ich noch sagen, ja, Tops Messer sind grundsätzlich okay, und wenn dir das Deal gefehlt, und wenn du das Geld dafür ausgeben willst, ist da mal etwas in Ordnung, aber ich weiß, dass ich da jetzt gegen mein Geschäft trete, weil ich könnte die alle ins Sortiment nehmen, ich bin Tops Händler, also ich komme da ran an die Sachen, werde ich aber nicht tun, aus Überzeugung nicht, und ich komme an das nicht ran, also ich kann keine Scrummer verkaufen, aber die sind einfach cool, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt, es gibt auch noch billigere, aber da muss ich dann sagen, da sind mir die 20, 30 Euro auch schon wurscht, auf das Scrummer, das Scrummer schlägt die beiden, obwohl es weniger Funktionalitäten hat, um Längen, also wenn du sagst, Raini, du musst da jetzt rausgehen, und das da draußen machen, Scrummer, oder eins von denen, man das sowieso nicht, ich würde auch das hier nicht nehmen, ich würde auch dieses Survivor, 20, 20 Messer, nicht nehmen, wenn ich einen Scrummer zur Verfügung hätte, das ist meine Meinung, böses Messer, ein böses, ein böses, Top-Spashing, nein, ich bashe es hier nicht, sondern ich sehe es einfach so, du kannst das ja auch gerne anders sehen, da kann auch nirgends irgendwo ein Dreck reinkommen, aber das ist wirklich, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, war die ja jemals draußen, dann hier, an der Stelle machen sie dieses Chimping, oder wie das heißt, ich weiß nicht, und das ist so platt, das ganze System, logischerweise, weil da ein Messer reinpassen muss, Multifunktionalität ist super, aber sie muss trotzdem praktisch sein, ja, sie muss trotzdem praktisch sein, es ist fürchterlich, also dieses Messer enttäuscht mich extremst, extremst, Peter, danke fürs Dein, mit dem solltest du deine Freude haben, das andere, vielleicht kannst du das irgendjemandem verkaufen, der keine Ahnung hat, hehehe, ja, genau, so funktioniert das dann immer, so, so, so funktioniert das dann, das ist aber durchaus in Ordnung, gut, jetzt habe ich eh lang geredet, schreib mir einen Kommentar, wie siehst du das, wie siehst du Tops im Allgemeinen, würdest du das Scrum annehmen, oder würdest du dieses Survivor 2020 nehmen, wozu ist dieser Anschliff hier hinten, glaubst, gedacht, ist das, weiß ich nicht, zum Nüsseknacken, oder Selbstverteidigung, ich habe keine Ahnung, schreib mir das, das würde mich jesinnig interessieren, herzlichen Dank, Daumen nach oben oder nach unten, Abo dalassen, da geht es zu mir in den Shop, gibt es auch Sachen, aber nicht dieses hier, ein anderes Video, es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.